Beatrix von Storch hat eine Rede zum Selbstbestimmungsgesetz im Bundestag gehalten. In dieser Rede hat sie Markus Ganserer im Bundestag und in Teilen der Republik als Tessa Ganserer bekannt, als Mann bezeichnet, was er sowohl im biologisch-physischen als auch im juristischen Sinne immer noch ist. Wer in Zukunft Markus Ganserer Herrn Ganserer nennt, soll dafür 10.000 Euro Strafe zahlen für die Wahrheit. So steht es im Gesetz. Wenn ein FDP-Justizminister so ein Gesetz erlässt, dann beweist das nicht, dass ein Mann eine Frau sein kann, sondern dass die FDP im Bundestag überflüssig ist. Der eigentliche Skandal kommt aber erst nach ihrer Rede. Ihr wird ein Ordnungsruf erteilt. Frau Abgeordnete von Storch, ich habe vor Eröffnung der Debatte darauf hingewiesen, und auch darum gebeten, dass wir bei aller Kontroverse in der Sache mit Respekt vor allen hier Anwesenden und allen Handelnden hier umgehen. Sie haben nicht nur diesen Respekt vermissen lassen, sondern Sie haben gegenüber der Abgeordneten Ganserer gegen die Würde nicht nur dieses Hauses verstoßen. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Diese wurde erteilt von Petra Pau, Abgeordnete der Linken der SED. Beatrix von Storch hat sich direkt bereit gemacht, wie wir sehen können, um den Ordnungsruf zu erwidern. Allerdings ist es laut Pau nicht vorgesehen, dass Abgeordnete die Entscheidung des Präsidiums kommentieren oder gar in Frage stellen. Frau von Storch, Sie haben im Moment kein Rederecht. Ich bitte Sie zu berücksichtigen, sollten Sie auf meinen Ordnungsruf und meine Worte reagieren wollen. Überlegen Sie bitte genau, welche Möglichkeiten Sie dazu haben. Hier im Plenum haben Sie diese Möglichkeit nicht. Ich weise vorsorglich darauf hin. Sollten Sie, was Sie natürlich nicht tun, die Sitzungsleitung der Präsidentin hier kritisieren, wird das mit einem zweiten Ordnungsruf entsprechend geahndet. Aber wo genau liegt eigentlich das Problem? Ist es sogenanntes Dead Naming, wenn man den früheren Namen einer Transperson verwendet? Auch im transsexuellen Gesetz gibt es das Offenbarungsverbot. Das soll Menschen vor einem Zwangsouting schützen. Im neuen Selbstbestimmungsgesetz heißt es dazu, wird eine betroffene Person durch die Offenbarung absichtlich geschädigt, so soll der Verstoß Bußgeld bewährt sein. Ein generelles Verbot des sogenannten Misgenderns oder Dead Namings ist im Entwurf für das Selbstbestimmungsgesetz nicht geregelt. Es werden auch Ausnahmen vom Offenbarungsverbot geregelt. So ist sichergestellt, dass niemand sich durch Änderung des Geschlechtseintrags und seines Vornamens der Strafverfolgung entziehen kann. Die Taz schreibt, das Offenbarungsverbot sieht bei Outing gegen den Willen der Person oder Dead Naming, der Verwendung des ehemaligen Namens, eine Strafe von bis zu 10.000 Euro vor. Sven Lehmann, der Queer-Beauftragte der Bundesregierung, das wohl wichtigste Amt derzeit, der kritisiert daran vor allem, dass eine Schädigung der Person vorliegen muss und dass es zu viele Ausnahmen für die Verbote gibt, wie etwa ehemalige Ehepartner. Markus Ganserer ist biologisch und juristisch ein Mann. Aus welchem Grund der Bundestag ihn trotzdem als Frau führt, ist mir ein Rätsel. Hier ist ein Foto vom Stimmzettel der letzten Bundestagswahl. Da lesen wir Ganserer Markus in Klammern Tessa. Der Name in der Klammer ist ein Fantasiename, den er sich ausgesucht hat, ohne irgendein existierendes Dokument darüber. Ganserer hat nach heutigem Stand keine amtliche Namensänderung durchführen lassen. Ich habe dem Pressereferat des Bundestages einmal eine Mail geschrieben und nachgefragt, aus welchem Grund der juristische Mann Ganserer dort offiziell als Frau geführt wird. Dass er einen internen Listenplatz bei den Grünen belegt oder blockiert, wie es manche nennen, spielt für mich keine Rolle. Vor längerer Zeit habe ich zu dem Thema schon einmal ein Video gemacht, das könnt ihr euch hier oben ansehen. Ich muss aber auch dazu erwähnen, dass ich meine Meinung zu dem Thema ein wenig, wie soll ich sagen, verschärft habe. Ich bin ganz ausdrücklich nicht mehr bereit, ein solches Schauspiel mitzuspielen. Und nochmal ganz eindeutig, Operationen, medikamentöse Behandlungen und auch amtliche Änderungen des Vornamens machen einen Mann nicht zu einer Frau und eine Frau nicht zu einem Mann. Was passiert ist, dass die Person äußerlich von seinem Umfeld anders wahrgenommen werden kann. Und wenn jemand diesen langen, aufwendigen Weg durchlaufen hat, dann ist er oder sie auch häufig nicht mehr mit dem Geschlecht wahrzunehmen, mit dem er oder sie eben auf die Welt gekommen ist und das auch immer noch inne hat. Zur Vollständigkeit gehört aber auch, dass es biologische Anomalien gibt. Bei den Chromosomen, bei den inneren und äußeren Geschlechtsmerkmalen. Es gibt Frauen, die können keine Kinder bekommen, auch obwohl sie eine Gebärmutter haben. Das ist von der Natur nicht so vorgesehen. Es gibt auch Frauen, die in den Wechseljahren sind und damit auch keine Kinder mehr bekommen können. Den ideologischen Kampf gegen die Realität auf dem Rücken zum Beispiel der Frauen auszutragen, die aus verschiedenen Gründen keine Kinder bekommen können, ist wirklich perfide. Diese Argumente kommen aber zwangsläufig, wenn man versucht, das Frausein auf ein einzelnes Merkmal zu reduzieren. Frauen können Kinder bekommen, Männer nicht. Ja, aber was ist denn dann mit den Frauen, die keine Kinder bekommen können? Sind das dann etwa auch keine echten Frauen? Doch es sind Frauen, die leider durch einen körperlichen, biologischen Defekt keine Kinder bekommen können. Und das ist ziemlich traurig. Und diese Frauen verdienen unserem Mitgefühl keine Gehässigkeit für so eine Debatte. Sie haben in dieser Debatte nichts verloren. Ebenso kann ich anerkennen, dass jemand, der darunter leidet, vermeintlich im falschen Körper geboren worden zu sein, auf der Suche nach einer Lösung für sein Problem ist. Und solche Lösungen können vielfältig aussehen. Auf der Suche nach einem Platz in unserer Gesellschaft. Das Leugnen der Realität hilft aber niemandem. Und die Zahlen beweisen das leider. Einen Ordnungsruf im Bundestag zu erteilen für das Aussprechen einer Tatsache ist ein weiterer Schritt in Richtung eines totalitären Staates. Wo das enden kann, zeigt uns auch ein Land wie Kanada mit weitaus progressiveren Regelungen zu diesem Thema. Dort steht es unter Strafe, sein eigenes Kind zu missgendern. Es droht Gefängnisstrafe. Dort haben auch Schulärzte die Möglichkeit, Kindern Medikamente, Pubertätsblocker mit schwersten Nebenwirkungen zu verschreiben, ohne dass sie die Eltern darüber informieren müssen. Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein weiterer Schritt zu einer linksgrünen Dystopie. Es muss gestopft werden, es muss weiter aufgeklärt werden, welche Gefahren uns damit erwarten. Auch über die Folgen von Pubertätsblockern habe ich ein sehr ausführliches Video gemacht, welches ihr euch anschauen solltet, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Die Willkür, mit der hier im Bundestag die Opposition bekämpft wird, sollte uns alle alarmieren. Was mich aber noch mehr schockiert oder immer wieder schockiert, ist die Bereitschaft großer Teile der Bevölkerung, diese Scharade, dieses Schauspiel einfach mitzuspielen. Auch im Bundestag. Menschen reden sich ernsthaft ein, dass eine Perücke, Lippenstift und ein Minirock, der ganz nebenbei das Ansehen des Bundestages und dessen Würde tatsächlich verletzt, einen Mann zu einer Frau machen kann. Warum spielen auch viele von euch da draußen dieses Schauspiel noch mit? Egal, was ein Mann oder eine Frau unternimmt, keine chirurgische Maßnahme, keine medikamentöse Therapie wird jemals dafür sorgen können, dass jemand sein Geschlecht wechselt. Und den Beleg dafür, dass das soziale und biologische Geschlecht getrennt voneinander betrachtet werden müssen, bleibt man auch weiterhin schuldig. Ich möchte jeden ermutigen, aufmerksam und mit Rückgrat durchs Leben zu schreiten. Dazu gehört auch, dass man unbequeme Wahrheiten ausspricht. Unbequem für einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung, von dem ich mir nicht vorschreiben lasse, wie ich die Realität wahrzunehmen habe. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, findet ihr dazu einige Möglichkeiten in der Videobeschreibung. Abonniert gerne den Kanal, kommentiert und bewertet das Video. Wir sehen uns im nächsten Beitrag. Bis dahin. Macht's gut.